Bitte haltet durch, bis der Lockdown vorbei ist, bitte. Also wir starten jetzt und... also scheiße. Bürger von Baden-Busch, bleibt tapfer und geduldig, bald ist es vorbei. Hallo, mein Name ist Heinz-Dieter Sauerborn, ich bin Liedartist in der HR Big Band und freue mich sehr, bei der Serie Out4Walk dabei zu sein. Also wir starten unsere Tour heute vor meinem Stammlokal, das heißt Eat&Art, Essen & Kunst, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das ist ganz in der Nähe von da, wo ich wohne und auch ganz in der Nähe von HR. Ich mag es, ein Stammlokal zu haben, wo ich die Leute kenne, wo man auch Musiker vom Symphonieorchester treffen kann, weil doch einige hier in der Nähe wohnen, am Dornbusch. Das war früher mal so eine Apfelweinkneipe, würde ich mal sagen, typische Frankfurter Wirtschaft und jetzt ist aber ein Lokal schon seit Jahren mit internationaler Küche. Hier gibt es auch noch was Gänsebrust, aber alles zum Abholen natürlich zu der Zeit im Moment. Und vor allem haben sie eine Raucherlounge und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Eat ist klar, Art ist, weil die Besitzer dieses Ladens auch sehr kunstaffin sind und Künstlern, Kulturschaffenden, gerade was Fotografie und Malerei angeht, die eine Möglichkeit geben, ihre Werke auszustellen. Unsere kleine Tour beginnt hier am ITNR, das haben wir schon vorgestellt und wir laufen jetzt Richtung Fernmeldetour. Geld in allererster Linie. Aber ich war schon mal in dem Geldmuseum von der Deutschen Bundesbank, das ist ganz interessant. Wir haben unglaublich vor Jahrtausenden das erste Papiergeld von den Chinesen, die haben es ja erfunden. Ansonsten verbinde ich damit eigentlich gar nichts, außer dass ich, wenn ich von da komme, von der Autobahn und zu mir nach Hause will, oftmals im Stau stehe. Jetzt können wir weiter. Ich bin jetzt seit 1998 bei der HA Big Band und wie viel Lage ist das? 22. Also im Februar werden es 23 Jahre. Ich hätte niemals damit gerechnet, überhaupt da reinzukommen. Also das war schon wie ein Sechser im Lotto, muss ich sagen. Also ich habe früher öfter mal Aushilfe gespielt, aber dass ich mal eine Anstellung da kriege und dieses Orchester reinkomme, das hätte ich niemals gedacht. Und das ist fantastisch und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Da ist nicht alles drauf. Ja, hier natürlich so. Hier oben war ich noch nie. Norwegen so. Hier auch noch nicht. Aber da war ich schon. Hier war ich schon. Sri Lanka. Da war ich sogar auch schon. Da war ich auch schon. Da war ich. Da war ich. Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, weil ich habe mir den Namen nicht ausgesucht und ich wollte den gar nicht haben. Aber als ich hier zum Funk kam, habe ich gesehen, der Wellenchef hatte den gleichen Vornamen. Das gibt es sehr selten. Auch mit Bindestrich, glaube ich, der Heinz-Dieter Sommer. Da war ich ganz beruhigt, muss ich sagen. Aber die meisten nennen mich Heinzi oder Heinz. Da ist der Fernsehturm. Direkt über uns. Der leuchtet nachts Magentafarben. Und das ist dann für mich wie ein Leuchtturm. Egal, von welcher Richtung ich komme, sehe ich nicht zuerst die Skyline von Frankfurt, sondern den Fernsehturm. Oder, wie man hier sagt, der Gienheimer Spargel. Oder auf hessisch Gienheimer Spargel. Wenn ich nach oben gucke, wird mir ein bisschen schlecht. Auch von unten schon. Weil ich habe Höhenangst. Und ich muss daran denken, dass mir meine Freundin vor drei Jahren einen Gutschein geschenkt hat für einen Tandemsprung. Fallschirmsprung. Wenn man das mit Höhenangst machen will, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht einfach, es ist dann so hoch und man wird da eigentlich rausgeschubst. Da sagen die immer, anscheinend, hat mir mal jemand gesagt, wir springen bei drei, eins, zwei und dann schubsen sie sich raus. Vielleicht wird es dann besser mit der Höhenangst. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich glaube, das war es jetzt. Wünsche euch allen. Schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Und wir hoffen natürlich alle sehr, dass ein viel besseres Jahr wird als das letzte. Und bleibt geduldig und tapfer und verliert nicht die Hoffnung. Alles wird gut.